So, ganz kurze Info, hören wir auch zu so einem Quick-Video. Die Playstation VR 2 gibt es jetzt für Österreicher, zumindest seit heute, beim Mediamarkt in Österreich vorbestellbar und wird am 22.02. pünktlich geliefert, steht zumindest dabei. Also 649 die Horizon-Ausgabe und 599 die Playstation alleine. So, das war es eigentlich schon, kurze Info von mir. Also Mediamarkt Österreich, endlich vorbestellbar, weil sonst ist es ja momentan nur über Logo IX zum Beispiel gegangen, wo ich zuerst über Playstation direkt bestellt habe. Da hätte es allerdings im schlimmsten Fall erst am 28. bekommen. Mediamarkt verspricht, dass es am 22. geliefert wird. Schauen wir mal, dass ich mir das Horizon-Package bestellte und ich habe das Gran Turismo 7 und Resident Evil habe ich auch schon daheim. Das heißt, die ersten drei Spiele, die werden von mir definitiv am Erscheinungstag bereits getestet. Unboxing etc. kommt dann alles noch. Passt und für alle, die sich die Brille bestellen wollen für die Playstation, ihr könnt es ab heute beim Mediamarkt in Österreich bestellen. Tschüss, Baba, euer Uwe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017